Die IG Metall ist ohne Alternative für Deutschland. Ohne uns läuft nichts. Ich wähle IG Metall, weil wir eine starke Mitbestimmung brauchen. Wir wählen IG Metall. Wir wählen nicht nur schwarz und weiß. Wir brauchen eine starke Mitbestimmung, damit wir nicht nach unserem Geschlecht, sondern nach unserer Qualifikation eingesetzt werden. Ich wähle IG Metall, damit auch zukünftig noch unsere Enkel und Kinder einen qualifizierten Ausbildungsplatz bei Volkswagen erhalten können. Ich wähle die Liste 1 der IG Metall, denn nur gemeinsam sind wir stark. Ich wähle die IG Metall, weil man gemeinsam was bewegen kann. In Gemeinschaft mehr erreichen. Liste 1, deine IG Metall. Ich wähle IG Metall, damit der Wandel gelingt. Ich wähle IG Metall, damit Altersruhe nicht in Altersarmut endet. Weil Erfolg einen starken Partner braucht. Weil Einzelleistung manchmal zu wenig ist. Weil uns alle wichtig sind und uns alles wichtig ist. Weil Mitbestimmung eine starke Stimme braucht. Weil sie die Beschäftigung in sich hat und somit auch meine Kinder eine Zukunft haben. Die Arbeitgeber fordern euren Respekt ein. Wo bleibt ihrer? Warum ich die IG Metall wähle? Hashtag I like. Wir machen 2, 3. 1, 2, 3. Hey! H P H H H H H H Untertitelung des ZDF, 2020